Ich bin Yvonne Fahni von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Nach einem Schlaganfall haben viele Menschen Wortfindungsstörungen und sind in ihrer Kommunikation stark beeinträchtigt. Wenn du Backofen meinst, aber Kühlschrank sagst, ist das ein Problem. Teilhabe ist, wenn Menschen nach einem Schlaganfall dank logopädischer Unterstützung möglichst schnell wieder kommunizieren können. Teilhabe, dafür setzen wir uns als Hochschule ein.